So, so Leute, das war jetzt der Arbeitszeit zu Ende und das ist deswegen kein Grund, wie wir es gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Durch kommt uns gerade noch ein Video am Morgen. Das ist nicht immer so viel Zeit. Ach, sehen wir, wie wir hier wieder von der Handkarte. Anscheinend werden immer noch LKW beladen und hier auf das Locken auf die S-Bahn. Die Bahn 100 fährt hin und her, hin und her und hier fährt ein einzelner Alpenclamer ohne Lock. Und bisher ohne Wagen. Damit mal, das ist nicht eine, das ist nicht eine Alpenpferde, das sind zwei. Wahrscheinlich fallen die beiden zu ihrem nächsten Zug, der sie wahrscheinlich hinter dem Bahnhof das Vorfeld befindet. Deswegen werden den Zug machen. Was ist denn der Held an? Weißt du, was? Es wird dann gleich ein bisschen gequasselt. Und dann, ein Luftführerstück ist. Und rennt. Das wird zwar jetzt zur zweiten angehängten Maschine wahrscheinlich, wenn ihr Bein nicht abkoppelt. Es gibt sonst noch, außer die Handkante und der Bahnhof sieht eigentlich ganz gut aus. Weitere kann ich euch sehr richtig zeigen. Das hat gerade angefangen hat direkt. Ich bin jetzt gespannt. Also, in einem haben wir seinen FC Badetram. Ich kenne Combino. Der ist... Und jetzt hält das am Bahnhof an. Hier kommt noch ein rückwärts fahrende Lkw mit Fracht. Mit Frachten von Müller. Viel besser als für den Müller. Ich weiß nicht, ob das auch noch... Also Aldi hat den eigenen Lkw. Der Rewe hat den eigenen Lkw. Da steht die eventuell auch. Das war die Handkante. Der Glas. 7,22. Und jetzt sind die beiden Einzimmer. Die tun nichts. Gibt es nichts? Jetzt, mal weg. Ah, ich will nicht. Aber ich habe die Döten hier. Jetzt kann ich mich von ihr wegfallen. So, Leute, ich habe die Döten hier. Und jetzt bin ich die Döten hier eigentlich auch in der Döten. Hier ist Brückmarie übrigens nur, aber ich glaube, nur eine Woche lang. Die Brüder. dann dauern die beiden Alpenzimmern jetzt stehen wenn wir uns in den nächsten Minuten der Einkante zu tun Da hatte ich schon immer zwei andere entfahren, dann noch die Fritzler. 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 Die Fritzler.